Was war das Wichtigste in der Ausbildung? Ja, genau. Das Wichtigste war, dass er jeden auf seine Art angenommen hat. Er hat nicht gesagt, du arbeitest schlecht, weil du nicht so arbeitest wie ich. Er war nicht narzisstisch, wie viele Gestalttherapeuten narzisstisch sind. Das ist einer der größten Fehler oder Fallen für Gestalttherapie. Im Gegensatz zu den Psychoanalytikern, wo man sich zurückhalten sollte, abstinent sein sollte, war uns ja erlaubt bzw. sogar gewollt, dass wir uns persönlich einbrüllen.